Bitcoin versucht vergeblich aus der niedrigen Volatilitätsphase herauszukommen. Wir sind zwischenzeitlich hier auf 26.400 gestiegen, haben aber dann die überhebelten Positionen direkt wieder abgearbeitet. Also das ewige Spiel bei Bitcoin geht weiter. Wir werden natürlich gleich wieder auf die Liquidierungszonen blicken. Interessanterweise sind aber auch die Wale aktuell in dieser eigentlich sehr langweiligen Phase für Retailer zumindest sehr aktiv. Sie akkumulieren weiter. Wir werden ganz genau auf die Daten blicken. Es gibt auch sehr spannende News unter anderem hier von JP Morgan, die eigene Token benutzen wollen für das eigene Paymentsystem. Und wir haben einen rechtlichen Meilenstein für Bitcoin und Kryptos in den USA erreicht, was dazu führen wird, dass weitere große Unternehmen in Bitcoin und Kryptowährungen investieren werden. Was es damit genau auf sich hat, werden wir auch genau darüber sprechen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Beginnen wir mit der JP Morgan News, die von Bloomberg gestern veröffentlicht worden ist. Sie zitieren hier interne Quellen, die nicht namentlich genannt werden. Und dieser Bericht ist schon ziemlich spannend, aber gleichzeitig wird diese News aber auch von den Kryptofans zu heiß gekocht. Man hört Sachen wie, ja, man sieht jetzt hier, Kryptomarkt gewinnt gegen JP Morgan. Sie machen jetzt hier auch mit Blockchain etc. pp. Man muss ja einmal ganz genau verstehen, was überhaupt jetzt hier Ziel und Zweck ist, was geplant ist von JP Morgan. Sie wollen für ihre eigenen Bankgeschäfte Deposit Token benutzen. Sogenannte Deposit Token sind Einlagetoken, die die Einlagesummen der Kunden repräsentieren. Heißt, wenn ihr jetzt 1000 Euro bei der Bank habt und ihr seht diese Summe auf eurem Banking, auf der Banking App, dann könntet ihr auch theoretisch einen Token dafür bekommen, der genau diese 1000 Euro repräsentiert. Und JP Morgan könnte, wenn ihr das wollen würdet, beispielsweise diesen Token dann irgendwo anders auf die Welt in Minuten transferieren, über die eigene Blockchain und dann wären diese 1000 Euro bei jemand anderem. Also die Kundeneinlagen könnten dann über Token dargestellt werden und damit halt versendet werden. Das Ganze wäre damit natürlich ein bisschen effizienter als die klassischen Vorgehensweisen im Bankensektor. Trotzdem muss man hier ganz klar festhalten, sie wollen das über eine eigene Blockchain machen. Diese Token werden sie selber rausgeben. Also es ist jetzt nicht so, dass sie beispielsweise eine bestehende Blockchain nutzen, wodurch dann irgendwie eine bestimmte Kryptowährung profitieren würde. Also das Ganze soll hier im Prinzip eigentlich sowas Internes sein. Ob da andere Banken hinzukommen, müssen wir natürlich abwarten. Sie warten auch hier ehrlich gesagt auf die US-Regulatoren, um da ein grünes Licht zu bekommen. Vorher werden sie das nicht hier an den Start bringen. Das haben sie auch selber hier in diesem Bericht sozusagen gesagt. Oder diese internen Quellen sagen das, dass hier diese regulatorischen Sicherheiten erstmal vorherrschen müssen. Aber dass JP Morgan bereit ist, diesen Schritt mit der Blockchain zu gehen. Und sie sagen hier auch, dass wenn dieses grüne Licht der US-Regulatoren kommt, dass das Ganze dann ein Jahr dauern würde, dass institutionelle Kunden solche Deposit-Token nutzen können. Also ziemlich interessant. Mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Ob sie da andere Lösungen vielleicht in der Entwicklung noch finden. Andere Blockchains dann vielleicht für sich entdecken oder das Ganze weiterhin intern machen wollen. Da halte ich euch auf dem Laufenden, falls es da was Neues zu gibt. Makroökonomisch passieren auch einige sehr spannende Dinge, unter anderem hier in Polen, wo die Notenbank die Leitzinsen überraschend gesenkt hat, obwohl die Inflation immer noch bei knapp über 10 Prozent liegt. Und auch in Deutschland sehen wir eher besorgniserregende Entwicklungen, wenn man sich mal die Daten anschaut, die Auftragseingänge der deutschen Industrie im freien Fall. Die Prognose lag bei minus 4 Prozent. Wir haben bekommen minus 11,7 Prozent. Also da scheinen sich die Prognosen, die düsteren Prognosen bezüglich der deutschen Konjunktur, leider zu bewahrheiten. Werden wir auch weiter beobachten müssen. Aber ich merke das auch schon, wenn ich mit Freunden, Bekannten etc. spreche, die auch teilweise dann in der Industrie im Top-Management-Bereich arbeiten. Die schildern genau ähnliche Sachen, dass da immer weniger Risiko eingegangen wird, dass da immer größere Unsicherheiten auf uns zukommen, Kurzarbeit etc. Das bekommt ihr wahrscheinlich auch alle mit. In den Staaten steht ja am 20. September die nächste Leitzinsentscheidung an. Da werden wir wahrscheinlich erstmal eine Pause bekommen. Aktuell nur 7 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass wir eine weitere Leitzinserhöhung bekommen. Am 13. also nächste Woche Mittwoch um 14.30 Uhr gibt es vorher nochmal Inflationsdaten. Die werden natürlich für diese Entscheidung maßgeblich sein. Also das behaltet ihr bitte auch nochmal im Hinterkopf, dass am nächsten Mittwoch nochmal Inflationsdaten kommen und dass die natürlich hier die Wahrscheinlichkeit nochmal verschieben können, dass die Renditen der Staatsanleihen dementsprechend dann sich auch anpassen könnten und dass die Märkte dann halt entsprechend reagieren. Aber die spannendste Nachricht, wie gesagt, hier Polen, dass man hier nochmal ein Statement sozusagen aus, ja vielleicht nicht der wichtigsten Wirtschaftsnation hier bekommt, aber trotzdem hier ein Signal, dass nicht die Inflation, wenn es hart auf hart kommt, das Wichtigste ist, sondern vielleicht dann auch die Wirtschaft, weil man einfach hier die Zinsen senkt, obwohl die Inflation hoch ist. Und da erinnere ich euch nochmal hier an die Prognose von 2022. Mit dem Timing waren wir ein bisschen zu optimistisch, aber genau das sehen wir, Inflation bleibt hoch, Wirtschaft hält Leitzinsinnung nicht stand, Notenbanken rudern zurück. Und das sehen wir jetzt in Polen, das sehen wir ja auch in China, haben wir ja schon letzte Woche darüber gesprochen, dass immer mehr Maßnahmen unternommen werden, um die Aktienmärkte zu stützen, um die Immobilienmärkte zu stützen, damit das ganze System nicht einkracht. Und das wird sich auch weiter so entwickeln und noch heftiger natürlich werden, je nachdem, wie die Wirtschaft sich weiterentwickelt. An der Stelle nochmal ein kurzer Hinweis zu der coolen Aktion von BingX, denn dort könnt ihr bis zu ein ETH gewinnen beim Glücksrad, 100% Gewinnchance. Ihr könnt schon einmal drehen, wenn ihr euch einfach nur anmeldet, mit dem Link unten in der Videobeschreibung. Und je nachdem, wie viele Aufgaben ihr erledigt, könnt ihr sogar bis zu achtmal an diesem Glücksrad drehen. Ihr könnt ein ETH gewinnen oder 5XRP oder auch hier Tradingbonus, also 100% Gewinnchance. Ihr gewinnt auf jeden Fall, wenn ihr den Link unten in der Videobeschreibung nutzt, um euch anzumelden. Falls ihr beispielsweise schon einen Account habt, könnt ihr euch auch nochmal einen neuen Account machen und da bekommt ihr auch nochmal 10% weniger Gebühren. Generell, wenn ihr auf BingX handelt, da trade ich auch. Und laut Tradingview ist das die beste Börse der letzten zwei Jahre. Über 10.000 Bewertungen, 4,7 Sterne und wirklich sehr geringe Gebühren. Wie gesagt, dort trade ich auch. Halte natürlich aber auf keiner Börse zu viel Geld drauf. Auch ich mache das so, dass ich eine Woche Tradingguthaben auf der Plattform habe und der Rest ist auf der Hardware-Wallet. Also auch da gibt es keine 100% Sicherheit, aber auf jeden Fall geringe Gebühren, Top-Liquidität und wie gesagt, ihr könnt hier bis zu einem ETH hier gewinnen, wenn ihr den Link unten in der Videobeschreibung nutzt und damit unterstützt ihr natürlich auch wie immer den Kanal. Dann kommen wir zu dem rechtlichen Meilenstein für Bitcoin und Kryptos in den USA und diese Meldung ist so ein bisschen untergegangen, wie ich finde, in dieser vielleicht langweiligen Phase, wo viele auch gar nicht mehr auf die Meldungen genau schauen, aber wir werden auch gleich anhand von Michael Saylor Statement dazu sehen, warum das wichtig für Unternehmen ist und warum das auch einige Türen öffnen könnte für Unternehmen, die in Bitcoin und Co. investieren wollen. Sie haben hier einstimmig beschlossen, dass neue Buchhaltungsregeln für Unternehmen anwendbar sind. Ab 2025 müssen diese Unternehmen ihre Kryptobestände zum Fair Value bilanzieren, um den aktuellsten Wert der Assets darzustellen. Das bedeutet eine Abkehr von der bisherigen Praxis, Kryptowährung als immaterielle Vermögenswerte zu behandeln, die zu historischen Preisen bewertet wurden. Und Michael Saylor, also CEO von MicroStrategy, die bekanntlich ja auch in Bitcoin investieren, der sagt hier, ein Haupthindernis für die Adoption von Bitcoin als Treasury Asset in Unternehmen wird somit beseitigt. Vorteile sind ganz klar, mehr Transparenz vor allem, also präzisere Darstellung der Vermögenswerte, die Fair Value Bewertung gibt ein aktuelleres Bild der finanziellen Lage des Unternehmens und potenzielle Wertsteigerungen sind auch wichtig. Das heißt, wenn man jetzt beispielsweise Bitcoin kauft als Unternehmen und Bitcoin steigt in den folgenden Jahren, damit kann man dann auch natürlich den Wert des Unternehmens steigern. Das ging vorher offiziell anhand der Buchhaltungssysteme halt nicht, Buchhaltungsregeln halt nicht. Das wäre jetzt möglich, also diese Wertaufholungen kann man erfassen und dadurch wäre es halt wie gesagt möglich, dass mehr Unternehmen jetzt hier in Bitcoin und Kryptowährungen investieren, weil sie dadurch halt profitieren könnten. Also das ist sehr wichtig, eine rechtliche Struktur, einen rechtlichen Rahmen zu geben, damit auch Unternehmen das ganz genauso machen können. MicroStrategy hat es schon vorher gemacht, Tesla auch, aber diese Entwicklung ist in jedem Fall positiv und kann langfristig gesehen noch mehr Institutionen anziehen. Dann gibt es auch neue ETF-News und diesmal nicht zu Bitcoin, sondern zu Ethereum, denn ARK21Shares hat einen neuen Antrag auf einen Ethereum-Spot ETF gestellt und da werden auch einige noch folgen wahrscheinlich. Jetzt ARK21Shares als der Erste, der da einen Antrag gestellt hat. Natürlich positiv für Ethereum, da wird auch genau gleich wie bei Bitcoin argumentiert nach dem Motto, ja, wir machen auch mit Coinbase das Ganze, wir haben auch hier unsere Vereinbarung, um da Manipulation etc. zu verhindern und deswegen wollen wir hier auch einen Ethereum ETF haben. Mal schauen, ob der durchgewunken wird. Witzig wäre es meiner Meinung nach, wenn die SEC herkommt und sagt, ja, Ethereum-Spot ETF winken wir durch und Bitcoin überlegen wir uns noch, dann würde hier, glaube ich, Twitter ganz schön brennen. Was sagt ihr? Kommt ein Ethereum ETF? Wir haben ja auch schon vorher die ganzen Future ETF Anträge bekommen, also ziemlich spannend, die SEC steht hier weiter unter Druck. Und sie werden auch zudem weiterhin von Grayscale unter Druck gesetzt, hier diese Meldung von Yahoo Finance, wo hier ein öffentliches Schreiben von Grayscale an die SEC übermittelt worden ist und da könnte man ins Detail gehen, aber im Prinzip wird hier gesagt, ruft uns an, lasst uns darüber sprechen, wie können wir das Ganze jetzt hier umwandeln in einen Bitcoin-Spot ETF und so einen GBTC-Trust. Wir sind bereit, ihr solltet jetzt eigentlich auch sein, also da wird nochmal ein bisschen zeitlicher Druck nochmal hinterher geschoben und die SEC wird sich wahrscheinlich da nicht von Grayscale unter Druck setzen, aber das ist natürlich auch für die Öffentlichkeit wieder, vor allem bei den ganzen Newsseiten, wie beispielsweise Yahoo Finance, nimmt das wieder auf und das Ganze wird wieder im Negativen zu der SEC natürlich in Betracht gezogen und deswegen steht die SEC, wie gesagt, hier weiter unter Druck. Dann wird Genesis seinen Trading Desk einstellen. Genesis ist ja schon pleite gegangen längst, aber sie hatten ihren Trading Desk weiter am Laufen, hatten das so ein bisschen separat gestaltet, aber auch da scheinen sich jetzt die Auswirkungen zu zeigen und sie werden ihr Crypto Trading Desk für die US-Märkte am 21. September komplett einstellen. In einer Phase, wo wir sowieso schon sehr geringe Liquidität und geringes Volumen haben, ist das natürlich nicht wirklich förderlich. Also das ist auch nochmal ein Punkt, eine weitere Institution, ein weiterer Trading Arm, der jetzt im Markt wegfällt und dadurch werden wir wahrscheinlich noch weniger Volumen in den Markt bekommen, weniger Liquidität und entsprechend noch weniger Attraktivität für große Akteure, weil wenn sie keine Liquidität vorfinden, können sie auch schlecht handeln. Wenn man sich die On-Chain-Daten anschaut, gibt es auch spannende Entwicklungen bei den Wahlen. Die sind nämlich weiter aktiv und schlagen weiterhin zu und verhindern sogar auch vielleicht Schlimmeres, wenn man sich den Bitcoin-Drop von vor zwei Wochen sich anschaut. In dieser Phase haben sie besonders stark akkumuliert. Die Bitcoin-Adressen, die mindestens 0,1% des Supplies halten, haben in den letzten zwei bis drei Wochen ihre Bestände um 1,5 Milliarden erhöht. Der Anstieg eignet sich aber auch gleichzeitig, während ja keine Coins auf die Börsen gelandet sind. Heißt, das sind jetzt hier keine Exchange-Inflows, diese Adressen. Also es sind wirklich dann ja Wale, die dann akkumuliert haben. Und das ist insofern deswegen spannend, weil wir in einer Phase sind, wo wirklich immer mehr Retailer die Hoffnung verlieren, immer mehr Langeweile bekommen, sich nicht mehr mit dem Thema beschäftigen. Man sieht es an allen Zahlen, ob es auf Twitter, auf YouTube etc. ist, die Suchanfragen, die Klicks von den Videos alleine schon, von allen Kanälen, die werden weniger. Und da merkt man einfach, das Interesse wird weniger, weil einfach wenig passiert. Das Sommerloch ist auf einem Peak gefühlt und die Wale agieren und sind weiterhin aktiv und akkumulieren. Und das ist auf jeden Fall ein interessantes Zeichen für mich, weil die einfach auch natürlich ein bisschen langfristiger denken als der normale Retailer. Kommen wir zum Bitcoin-Preis. Wir sind in einer Range, die wirklich absolut langweilig ist und wo ich auch natürlich verstehen kann, dass viele gerade keine Lust haben, darauf sich einzulassen, weil nichts passiert. Egal, welche Meldung reinkommt, Ethereum-Spot-ETF-Antrag und der Kurs bewegt sich nicht als Beispiel. Und jetzt sind wir hier kurz aus dieser Range rausgebrochen, wurden wieder abverkauft. Aber es ist immer wieder erstaunlich, wie perfekt das auch immer wieder funktioniert. Ich habe es heute schon auf Twitter geteilt. Ihr könnt hier sehen, während diesem oder nach diesem Pump, den wir erlebt haben in dieser Konsolidierungszone, schaut euch mal an, wie hier das Open Interest gestiegen ist, während der Preis im Prinzip nichts gemacht hat, keinen weiteren Ausbruch erlebt, kein höheres Hoch gemacht. Long-Positionen sind neu hinzugekommen. Ihr seht hier neue Liquidierungszonen. Ich kann das euch auch nochmal hier live im Chart zeigen. Neue Liquidierungszonen reingekommen. Und genau diese Long-Positionen, die hier hinterher gelaufen sind, die überhebelt waren, wurden wieder ausgespült, wurden wieder liquidiert. Und wir haben perfekt hier auch die Liquidierungszone erreicht. Dann kamen die Short-Positionen neu rein. Und ihr seht hier neue Short-Liquidierungszonen, die die ersten jetzt hier auch wieder erreicht worden sind. Also es ist immer wieder das gleiche Spiel. Vor allem in der jetzigen Phase, wo wir wenig Liquidität haben, ist die Jagd nach Liquidität besonders attraktiv. Und Liquidity-Hunting funktioniert besser denn je, meiner Meinung nach. Natürlich sind die Ranges viel kleiner, die Bewegungen sind kleiner, aber das funktioniert wirklich sehr gut. Falls euch dieses Thema interessiert, schaut euch gerne das Tutorial hier auf meinem Kanal an. Trading-Strategie der Profis, wie sie Liquidität handen und wie ich diese Charts und Indikatoren nutze. Jetzt aktuell muss man sagen, wir konsolidieren wirklich bearish, muss man sagen. Wir sind ja hier gedroppt, hatten hier nochmal eine kleine Rallye, was dann aber auch schnell wieder abverkauft worden ist. Und jetzt sind wir hier in dieser Range, wo wir ja auch schon seit dem 18. August hier drin sind, wo nicht wirklich viel passiert. Und die Frage wird sein, halten wir diese 25.000 US-Dollar oder passiert vorher etwas, wo ja nochmal neues Geld in den Markt fließt. Man sieht auch an den Stablecoins, auch da passiert nicht viel, nicht wirklich mehr Liquidität, welches in den Markt reinströmt. Und alles andere muss man einfach jetzt hier gerade irgendwie so ein bisschen aussitzen. In den kleineren Timeframes für die Trader gibt es sehr viele Möglichkeiten. Für die Hodler ist es natürlich ein bisschen langweiliger und deswegen muss man dann ganz genau schauen, wie es dann weitergeht. Also die 25.000 Dollar halten noch, ob wir hier nochmal diese Tiefs hier erreichen, ob wir die Struktur dann endgültig hier durchbrechen, weil hier diesen Aufwärtstrend ja schon durchbrochen haben, nochmal ein tieferes Tief hier hingelegt haben. Und wenn wir hier danach nochmal noch ein tieferes Tief hinlegen, dann hätten wir hier sozusagen nochmal einen neuen Abwärtstrend mit tiefer werdenden Hochs und tiefer werdenden Tiefs. Aber das werden wir, wie gesagt, uns in Higher-Timeframes auch parallel immer wieder anschauen. Nächster wichtiger Termin, wie gesagt, der 13. am Mittwoch mit den Inflationsdaten aus den Staaten. Aber vorher werde ich wahrscheinlich auch nochmal ein Update geben, wie die Situation aussieht. Holt euch, wie gesagt, nochmal den Bonus ab. Glücksrad bei BingX. Link in der Videobeschreibung. Falls dir dieses Video, dieses Update hier gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben, da das hilft wirklich sehr. Und abonniert den Kanal, dann verpasst dir keine Updates mehr. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao.